Hallo, liebes Angeltagebuch. Hier sind wir wieder aus dem schönen Gieß Lafett. Das ist Frank. Da das Wetter so scheiße ist, mussten wir. Uns blieb nichts anderes übrig. Sehr viel Bier trinken. Einige Büchsen Bier vernichten. Ja Frank, Ordnung muss sein. Da stürmt es, schneit es und regnet es. Ein bisschen Bier haben wir auch noch. Gehen wir nach innen. Das sind die Angekollegen Dirk und Andreas. Wir trinken heute Bier und wir essen. Was bleibt uns auch anderes übrig? Wir können ja nicht rausgehen. Heute gibt es Rippchen. Brot, Apfelsaft, alles da. So liebes Tagebuch, ich melde mich dann morgen. Morgen fahren wir in den Puff.